...schau, doch noch viel besser, schmeckt das Bier, das Siebier, Raum. Kurze Frage und dann schnell mal nachgedacht. Was ist die beste Adresse, die Hamburg zu bieten hat? Das ist die Elbe Chaussee, aber hundertprohn, die richtige Antwort muss lauten, aber so. Bei dem St. Pauli Land, du suche Nummer drei. Das ist die Adresse von Hamburgs schönster Brauerei. Die Kumpferkässe sind so herrlich anzuschauen. Doch noch viel besser, schmeckt das Bier, das Siebier, Raum. Die Kumpferkässe sind so herrlich anzuschauen. Doch noch viel besser, schmeckt das Bier, das Siebier, Raum. Der Piegelturm der Zeit, den Stand der Tide an. Nach Flut kommt Ebbe, worauf man sich verlassen kann. In unseren Gläsern, da herrscht Ebbe die meiste Zeit. Was ein Wunder, dass unser Hegel steigt. Bei dem St. Pauli Land, du suche Nummer drei. Die Kumpferkässe sind so herrlich anzuschauen. Doch noch viel besser, schmeckt das Bier, das Siebier, Raum.